Wie ich soeben erfahren habe, hat der Graf gestern das Krankenhaus verlassen und befindet sich auf dem Weg in ein Sanatorium. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend gut. Bis er auf zwei gebrochene Beine, einer ausgerenkten Schulter, einem Riss in der Lunge sowie einem Knalltraum auf beiden Ohren ist der Graf wohl auf. Ach du Scheiße. Und wann kommt er wieder? Das ist im Augenblick noch nicht abzusehen. Ausgeschlossen. Er ist sehr melancholisch. Traumatisiert. Was ist denn der Traumatisierung? In der Zwischenzeit würde ein entfernter Verwandter des Grafen die Geschäfte auf der Burg führen. Eigentlich hätte er schon vor einer halben Stunde hier sein sollen. Wohl ein sehr, sehr weiten, kleiner Verwandter vom Grafen. Aber die Maschine ist geil. Wie viel Quadratmeter hat der Kasten hier so? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Nach seinen Nebenkosten frage ich das gar nicht, wa? Oh, Englisch. Was aber duster hier. Duster, duster. Wie sagt mein alter Freund Goethe immer? Licht, Alter, mit Licht, mit Licht. Ha? Kennen Sie doch Goethe? Also, dann echt. Nicht der von Fuck you Goethe. Na, ist der Schinken was wert? Wie bitte? Bild. Das Gemälde. Auch das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ihr Onkel interessiert sich mehr für die ideellen Werte. Ah, ideell. Na gut. Bestes leisten kann. Dafür ist er jetzt auch pleite. Ideell. Okay. Heh.